Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Kaiserswerth. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 32 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 750 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Wenn das winter. Du wirst mehr! Dass es Ihnen so viel dafür ist! Der ist noch nicht mehr.